sehr unseriös sind und die Methoden sehr vereinfacht und unrealistisch darstellen. Bevor du mit ChatGPT Geld verdienen kannst, musst du erst einmal einige unbequeme Wahrheiten akzeptieren. Erstens, es ist immer sehr viel Geduld und harte Arbeit notwendig. Außerdem musst du eine Nische finden, bei der du eine sehr hohe Expertise hast und möglichst auch einen unfairen Vorteil. Darüber hinaus ist ChatGPT natürlich nur eine Hilfe, die dir nicht die komplette Arbeit abnehmen kann. Du wirst immer noch sehr viel manuelle Arbeit hineinstecken müssen. Okay, fangen wir mit der mit Abstand einfachsten Methode an, um mit ChatGPT Geld zu verdienen. Diese liegt darin, einen Blogartikel oder ein YouTube-Video darüber zu erstellen, wie man mit ChatGPT Geld verdient. Dann kann man dieses Video mit Affiliate-Links und mit YouTube-Monetarisierung, ja, dann kann man damit Geld verdienen. Und am besten sollte man auch noch in dem Video so tun, als ob es total einfach wäre und ob man das in fünf einfachen Schritten machen kann. Und damit sie...